... ... ... ... Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Super Mario und ich hoffe diesmal die gottversammte letzte Aufnahme. Ja, ich habe eben wieder ein paar Probleme gehabt. Das Spiel zum Laufen, so kriege ich muss dieses Wochenende unbedingt mal mein NES sauber machen. Das ist total schlimm. Alle meine NESs sind total verstaubt von Ihnen anscheinend. Ach, da werde ich mich mal drum kümmern, wenn ich Zeit habe, wenn meine Eltern nicht rumnerven. So, ähm, ja, wir fangend an. Fangend an. So, und die Stage kennen wir schon so in- und auswendig. Wir haben sie schon 30.000 Mal gesehen. Okay, zum Glück nicht ganz so oft. So, da rein. Und wir müssen wieder München sammeln. München, 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 München. Geld, 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 Geld. So. Da. Ach, hopp. So. Und die Welt 1 wäre damit schon mal erledigt. Jo. Ich habe heute die letzten meiner Pakete bekommen. Da könnte vielleicht noch eins kommen. Ähm, wenn die Tussi sich mal melden würde. Die Verpackung von Trog, nämlich. Weil die hat sich noch nicht gemeldet. Ich glaube, die hat ein bisschen die Schnauze voll von mir. Das möchte ich haben. Das möchte ich haben. Dankeschön. So. Ich gehe da heute mal ganz gediegen ran. Wenn ich sterbe, wenn ich kleiner werde, einfach gelassen nehmen. Wir haben noch genug Zeit. Wir haben heute Freitag. Der Dennis ist heute nicht da. Er nimmt heute auch. Er macht auch so eine Aufnehmen-Ausrastrunde. So fünf Stunden am Stück aufnehmen oder so. So. Ja. So. Dankeschön. Ja. Ist mir egal. So. So. So, was wäre das? Und nun sind wir bei unserem liebsten Kollegen-Hurenficker in der Stage. Wisst ihr eigentlich, ich hab eigentlich jetzt schon keinen Bock mehr, ey. Ganz ehrlich. Das Spiel geht mir einfach total auf die Eier. Besonders der Wichser, der da oben rumfliegt, ey. Hallo, ey. Mein Gott. Jetzt mach. Ja, ja, ich bin grad wieder so still, weil der Typ da oben, der geht mir voll auf die Eier mal an. Jetzt. Mein Gott. Stirb, stirb. So. Die Münzen hier unten möchten wir natürlich auch haben. So, sehr schön. 99 Münzen, uns fehlt eine. Ach. Welt 4, 2. Ja. Mann. Hier hab ich auch gestern, glaub ich, aufgehört. Mit drei Leben oder so. 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 Hoch, hoch, mann. Entschuldigung. So, hier ist wieder das schöne Münzenparadies. Münzen. Ich glaube, ich bin die, die am längsten für dieses Spiel gebraucht hat. Ich glaube, ich habe sogar noch länger als Funk Royale gebraucht. Allerdings hat er am Ende Save States benutzt. Naja, egal. So, ihr steckt jetzt mal alle. Boah, Familie. Umbringen. Ich möchte das Leben hier unten haben. Dankeschön. Boah, Greg. Extreme Greg. It's Greg and... Bitches. Ey, du, 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 du stirbst. Okay, mit der habe ich jetzt nicht mehr gerechnet. Ja, komm. Jetzt laufen, laufen, laufen. Spring! Stopp. Genau, da konnte ich mich nämlich noch dran erinnern. Ah, ich will mal gucken, ob hier irgendwas ist. Ja, die tun hier doch nicht... Okay, tun so wohl. Ich würde sagen, die tun hier doch nie einfach so... ...ne Schildkröte einzäunen. Ohne, dass da irgendwas ist. Jetzt wieder nicht von der Musik beirren lassen. Ach, scheiße. Ja. Wir könnten jetzt sechs Leben haben. Hätte, hätte, Fahrradkette. Hätte der Hund nicht... Ach, scheiße. Mann, warum müssen wir das immer hier passieren? Auch noch ein Leben. So. Juhu. Und ein Leben. Ey, wenn ich die getroffen hätte, ich wäre so... ...ausgerastet. War ja nicht was. Ah, du Hundeficker, ey. Entschuldigung. Ich bin aber ein bisschen erkältet. Hm. So. Ich war gerade ein bisschen irritiert. So. Sehr gut. Puh. Welt 8.3. In kleinem Format. Finde ich persönlich jetzt nicht so den Burner, aber... Ja, was will man machen, ne? Es wäre schön, wenn man hier so eine Mitleidsgröße bekommen würde. Wie halt bei Crash Bellicoot, da gibt es ja auch diese Mitleidsmasken. Weil man halt so oft... Oh, ihr Hundeficker, ey. Ihr Hundeficker, ey. Wenn man zu oft stirbt, dann bekommt man einfach mal so eine Maske, damit man das dann mal irgendwann schafft, weil das Spiel keinen Bock mehr auf einen hat. Ich hab dich nicht berührt, ich hab dich nicht berührt, ihr habt's gesehen, ich hab mich nicht berührt. Scheißspiel, fick dich. Aber wo ist der andere? Wo ist der andere? Da oben. Wehe, einer von euch beiden Hurensohn, marschiert gleich wieder nach vorne und killt mich. Ja, hier. Hier. Siehst du mein Mittelfinger? Hier, ich... Boah. So ein Drecksspiel, ey. So ein Drecksspiel, ey. Boah. Das ist echt der Knüller. Ja, bestimmt. Ihr schmeißt euch eure Scheiße durch, ja. Komm mal klar auf dein Leben, ey. Boah. Warum steht der Penner hier unten? Boah, ich krieg hier gleich einen totalen Ausraster, ey. Das Spiel verarscht ein Hoch 3. Ja, direkt, genau. Baller direkt 2. Überhaupt keine Zeit zum Nachladen. Brauchen wir nicht. Wir sind hier die Überkanonen-Wichser. So. Alter, ich hab dich gedisst. Mach jetzt. Nicht. Nicht zu früh freuen. Das war eben so gottverdammtes Glück, ey. Ich hab da alles berührt, was sie da... Das ist so ein scheiß programmiertes Spiel, ey. Die sollen mal... Oh, wie viel Leben haben wir? Mit zwei? Und mit zwei Leben soll ich das jetzt schaffen, oder was? Hallo? Ich mein, hallo? Jetzt geht er runter. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ach. So. Ich wär mal irgendwie... ...verleben, oder sowas. Oder ein Pilz. Das wird mir auch schon reichen. Ich hab ein bisschen Schiss vor Bowser. Und der Unterwasser-Kacke. Dieser verdammte Scheiß-Hitten-Block, ey. Ich krieg ja... Mein Gott. Jetzt geht er rein. Mach! Oh, dieser Drecks-Kack-Scheiß hier, ey. Ja, ihr fliegende Kackfische, ey. Fickt euch. Ja, ihr fliegende Kackfische, ey. Was? Ich stand noch bei dem Scheiß-Bloomkübel, ey. Mann!